Hi Leute, heute habe ich zusammen in Kooperation mit Buhu einen Buhu-Hall für euch. Ich habe natürlich auch einen Rabattcode für euch, den werde ich euch in die Infobox schreiben, also schaut da gerne mal vorbei. Und zwar hat mich dieses riesengroße Paket hier erreicht, oh mein Gott. Und ich werde natürlich auch alle Sachen getragen zeigen, also falls euch das interessiert, was ich bei Buhu bestellt habe, dann bleibt auf jeden Fall dran. So, wir beginnen direkt mal mit dem ersten Teil und zwar habe ich mir hier diese coole Gürteltasche hier bestellt oder Bauchtasche, wie auch immer man das nennen mag. Da sind wie so eine Art Nieten drauf und das ist so ein ganz, ganz weicher Stoff, der fühlt sich richtig toll an. Und die Tasche kann man einmal so tragen, als auch um den Bau herum oder halt auch um die Taille, also jetzt natürlich nicht hier, aber ich komme jetzt nicht weiter hoch, um euch das zu zeigen. Aber auf jeden Fall wollte ich schon immer so eine haben und habe endlich so eine und die habe ich halt eben bei Buhu gefunden. Ich werde euch natürlich auch alle Sachen in die Infobox verlinken, also schaut da gerne vorbei, wenn ihr irgendwas sucht. Dann geht es weiter mit diesem coolen Rock hier und zwar ist es wie so eine Art Jeansstoff. Das ist ein schwarzer Rock und den finde ich so stylisch, gerade zu einem Rollkragenpullover oder so kombiniert mit einer schwarzen Strumpfhose und auch Boots ist das auch wirklich perfekt für den Winter. Das hier ist einfach so ein Basic und zwar wollte ich schon immer mal einen ganz normalen schwarzen Pullover haben mit einem V-Ausschnitt, der halt nicht so ein richtiger V-Ausschnitt ist, und das ist ein richtig, richtig cooler Pulli. Auch die Qualität ist richtig toll und ja, ich liebe das ja, wenn so Pullis so richtig kuschelig sind und einfach nicht kratzen. Auf diese Bluse hier habe ich mich total gefreut und zwar ist es eine Bluse, die unten so ein Schößchen hat und die ist auch total elastisch. Das finde ich auch total wichtig. Dann liegt die auch so richtig schön an und ja, die gab es auch in verschiedenen Farben und ich habe mich für weiß entschieden, weil die Leute, die mich kennen, die wissen ja, ich liebe weiße Klamotten. Ja, dieser Rock hier hat mich auch direkt angesprochen, als ich ihn gesehen habe und zwar liebe ich einfach dieses Karo-Muster aktuell und das kann man halt auch im Winter richtig schön mit einer Strumpfhose kombinieren und einem Pullover und ja, sowas habe ich auch schon richtig lang gesucht und irgendwie nirgendwo gefunden. Also bei Buru findet ihr, glaube ich, wirklich alles, was ihr sucht. Die haben echt so geile Sachen. Wie ihr wisst, ist Animal Print wieder total angesagt und ich liebe aktuell wirklich dieses Schlangenprint-Muster und deswegen habe ich mich in diesen Rock hier verliebt. Der ist wirklich total schön und ja, ein Träumchen, oder? Ja, wo wir schon mal bei Animal Print sind, bleiben wir direkt auch mal dabei und zwar habe ich mir noch ein Body bestellt. Das sieht jetzt irgendwie leicht aus wie ein Badeanzug. Also es ist kein Badeanzug, sondern wirklich ein Body. Ist wirklich so ein schönes Teil. Also habe ich mir jetzt in Grau geholt und jetzt nicht in diesen Beigeton, wie jetzt der Rock. Und genau, ist halt einfach ein Body zum drüberziehen bzw. zum drunterziehen und den finde ich echt richtig, richtig schön. Dann habe ich noch ein Body für euch und zwar ist das so einer hier. Das ist einfach so ein T-Shirt sozusagen mit einem richtig coolen Reißverschluss. Seht ihr das? Und das habe ich im Internet kombiniert gesehen. Also auf der Buhu-Seite war das mit diesem Rock hier kombiniert. Und ich fand das sah so gut aus, dass ich mir dachte, ich muss das genauso kombinieren. Ihr werdet es ja auch gleich getragen sehen. Also das ist wirklich richtig, richtig schön. Als ich das gesehen habe, musste ich das einfach haben. Und zwar ist das ein etwas längeres T-Shirt von Mickey Mouse. So sieht das aus und das hat einfach eine Leo-Print-Schleife gehabt. Und ich fand das so schön. Jetzt gerade auch im Winter könnt ihr das richtig lässig zu einer Lederjacke kombinieren. Mit Boots, mit einer Strumpfhose und ja, es ist auf jeden Fall so eine Art Kleid und so ein richtig chilliges, lockeres Kleid. Jetzt zeige ich euch meinen Lieblingsteil der Bestellung. Und zwar ist das diese wunderschöne Felljacke hier. Natürlich ist es kein echtes Fell, sondern Kunstfell. Und die ist so weich, Leute. Oh mein Gott. Und ich liebe solche Sachen einfach. Und die Farbe ist auch wirklich perfekt. Was mir in der Jacke wirklich so gut gefällt, sie erschlägt einen nicht direkt, sondern die ist wirklich so richtig schön am Körper anliegend. Und ja, sitzt einfach wirklich perfekt und macht jetzt nicht total breit. Das war mir wirklich sehr, sehr wichtig. Und die habe ich in der Größe 36 bestellt. Also, falls ihr auch noch so eine Felljacke sucht, dann schaut auf jeden Fall bei Buhu vorbei. Die haben wirklich so, so tolle Felljacken und richtig schöne Farben. Ja, wie ich schon bereits sagte, ich liebe Animal Print. Deswegen musste diese Bluse auch noch her. Und zwar ist die auch in so einem Grauton und nicht in diesem Beige-Ton. Ich glaube, in dem Beige-Ton gab es die auch noch. Aber ich fand dieses Grau einfach schöner. Deswegen habe ich mir gedacht, jetzt muss eine Bluse in diesem Grauton her. Ich finde es so toll. Ich liebe einfach diese Schlangenmusik. Dann kommen wir auch schon zum letzten Teil der Bestellung. Und zwar habe ich mich noch für diesen Cardigan hier entschieden. Und ich liebe diese Cardigans einfach mit diesen Puffelärmelchen. Ich weiß nicht, wie man das sonst nennt. Aber auf jeden Fall ist das halt auch so ein Cardigan, der ist wirklich so richtig schön weich. Aber dementsprechend auch sehr schwer, sodass der dich wirklich warm hält, wenn du mal für 10 Minuten kurz rausgehen willst. Irgendwie Wäsche aufhängen oder mit dem Hund rausgehst und so. Und das war mir halt sehr, sehr wichtig. Könnt ihr zum Beispiel auch an etwas wärmeren Herbsttagen tragen. Einfach so als Übergangsjacke. Und ja, der ist richtig, richtig schön, der Cardigan. Und das war es dann, glaube ich, auch schon, oder? Ja. Mit meinem Buhu-Haul. Ja, falls ihr jetzt auch Lust bekommen habt, bei Buhu zu shoppen, dann schaut euch doch gerne auf deren Internetseite oben. Werde ich euch natürlich in der Infobox verlinken. Und einen Rabattcode gibt es natürlich auch noch. Da macht das Shoppen direkt viel, viel mehr Spaß, wenn ihr dabei Geld sparen könnt. Also, happy Shopping und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Ciao!